Spremberg, Weihnachtsfeuerwehr, begeistert Spremberger Weihnachtsmarktbesucher. Am Freitag war der zweite Tag des Spremberger Weihnachtsmarkt. Dort sollte ein echtes Highlight folgen. Die Weihnachtsfeuerwehr aus dem sächsischen Weißwasser waren auf den Straßen unterwegs. Sie sind der Einladung der Spremberger Feuerwehr gefolgt. Auch diese war mit einem historischen Fahrzeug dabei. Die Strecke führte dabei am Schloss vorbei, weiter in Richtung Busbahnhof, dann ging es durch die lange Straße. Da einige Fahrzeuge ein Halteverbot ignorierten, musste der Konvoi kurzfristig die Route ändern. Die Begeisterung bei den Sprembergern war sehr groß. Der Konvoi wurde von mehreren Weihnachtsmännern begleitet und hatte an den Zwischenhalten viel zu tun. Christian Balzer von der Feuerwehr Spremberg freute sich über den Besuch aus der Stadt Weißwasser. Vor Ort bedankte er sich mit einem Geschenk. Auch soll diese Aktion im nächsten Jahr wiederholt werden. Der Konvoi wurde von der An Katherine beigetet und der Kupfer gab es auch eine entscheidet. Der Konvoi wurde von der Hoffnung auf dem Fluss um 10,000 Euro. Er gab es einen Schmied. Er gab es einen Schmied. Er gab es einen Schmied. Wer hat einen Schmied. Er gab es einen Schmied. Er gab es einen Schmied. Er gab es einen Schmied. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.